Warframe wird auf der Xbox One, 6 Jahre alt und feiert praktisch Geburtstag. So, wenn ihr euch einloggt, bekommt ihr eine Post von Odds oder Lotus. Odds, genau. Ah, okay, Überraschung, Operator. Es ist wieder soweit. Ein weiteres Erdenjahr zusammen insgesamt 6 seit dem Moment, als sie euch gefunden hat. Odds hat seinen Operator eine Kleinigkeit besorgt. Odds hofft, dass es euch gefällt. Odds, der Gegenstand wurde in sein Inventar gesandt. Einmal ein Jade-Flologs-Sugatra. Dann die Paracersis-Jades-Skin. Oder Paracersis. Halt dieses spezielle Zweihinderschwert gegen Sentinels. Und drei Tage Ressource-Booster. Uh, das ist mal richtig spannend. Wenn man die Sache mal angucken mag. So. Okay, hier haben wir einmal das Schwert. Zack. Ah, äh, Standard. Haben wir hier die Standardfarben. Oh, sieht schon sehr schick aus. Außer mit dieses X-Symbol halt. Auf der Klinge. Sieht schon sehr schick aus. Da unten hat man das Sugatra, was auch sehr schick aussieht. Ja, kann man mal den nehmen halt. Und dieses, äh, den Art Streifen da. Also, das sieht auch nicht schlecht aus mit dem Streifen. Auf der Klinge, so, die... die drauf sind. Ja, sieht schon ziemlich gut aus. So, dann nehme ich mal wieder meine Standardfarben. If I may say, Operator, your chosen Warframe suits you. Und es sind auch neue Alarmierungen da. Die werde ich jetzt einmal komplett mal durchgehen. So, dann fange ich mal an. Ich glaube, ich mache das chronologisch. Wie das so damals war halt. Mit Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3. Äh, bis jetzt halt. Nämlich einmal die Spionage auf Merkur werde ich machen. Das müsste das erste Jahr gewesen sein. Äh, wo man halt im Jahr der Excalibur bekommen hat. Da, äh... Ja. Dann würde ich mal die mal in Angriff nehmen. Als nächstes kommt dann die, äh, Fure Skin. Dann, äh, Dex Darkra war danach. Dann Bronco Sandana war das vierte. Das fünfte war der Jade Reno. So, genau. Fange ich mal an. Fange mal auf Merkur. So. So, erst mal eine Spionage machen. So, jetzt mal eine Spionage machen. Ne, ich könnte sich auch die... So. Na, egal. Okay, das ist auch nicht geschlossige Gegner. Alles passt schon. Tenno, be on the lookout. Oh, nein. So, dann ist hier durch. Warte, bis die Schranken unten sind. Und dann hier rauf, ne? So. Warte, bis die Schranken. So, dann machen wir hier die Schranken. Man hat ja nicht umsonst einen Ressourcen-Booster bekommen. Und dann geht's weiter. So, dann kann ich noch die Mott nehmen. So, Standarddruckpunkt. Passt. So. 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 Jetzt heißt es hier ein bisschen warten. So. So. Diese Drohne atens. Na, wo ist hier? Genau. Hier habe ich die nicht gewartet. Die Daten sind verabschiedet. Sie werden nicht wissen, dass es weg ist. Für den Tenno. Ich beobachte einen großen Sicherheitsfluss und stehe deinen Weg. Das ist die Grineer. Aber das ist immer. Ne, Alarm? Das ist auch nichts. So. Alarm abschalten? Auf den großen Raum. Okay, klar. Zack. Der geht auch relativ zügig. Mal um die Sicherheitsschranke abschalten. Dann ab nach oben. Sicherheitsschranke abschalten. Dank Autohack kein Problem. Schnell rauf. Warten bis die Schranke weg ist. Und fertig. Jetzt ab zum Ausgang. Ja. 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 So, jetzt erstmal die Gnadezeit wieder ein bisschen abwarten. So, was steht denn als nächstes an für eine Mission? So, genau, die Dexfuros Gnade ist eine Half-Mission. Auf Iris, okay. Okay, da haust doch noch mein Kowalich. Na, mal schauen. Vielleicht wird das sogar was zum Lachen geben. Was ich nicht hoffe, dass mein Kowalich auf die Idee kommt, hier den Skinzel beschlagnahm. So. We must not let this infestation get any more out of control. Destroy the spawning hives in the area. Keep moving. None of the scanners have detected you. So, ich würde mal die Pfanne gehen. You are approaching a hive. Every hive is protected by a series of tumor nodes. Destroy those and you can destroy a hive. Okay, der Juggernaut ist wirklich tot. Okay, der Juggernaut ist wirklich tot. Eyebrot ist doch kein Vers Analysis? Wenn Sie die B obscurenungen ausç SB You'll gut aussehen. Möge der wegge immer. Wenn die Fasen gets als erstes erinnert, werden dieompatde als erstes nicht ver runtigen. Das muss jetzt nicht so gut. Was ist der Spider? Die nächsten Knoten? Der zweite Knoten ist jetzt auch fertig. Jetzt zum Letzten. Die nächste Knoten? Die nächste Knoten ist jetzt nicht so weit. Die nächste Knoten? Die Knoten? Die Knoten? und you are purchasing a hive every hive is protected by a series of tumor nodes destroy those and you can destroy the hive Ach, ach ja, der daneben. Da hinten? Oh, jetzt ist der Hive, jetzt ist der Hive, jetzt ist der Hive. So, jetzt ist der Hive, jetzt ist der Hive. So, auskommt ich schon da und zack, fertig. So, okay, das Foto-Skin erhalten, wunderbar. Pass through my sector must pay the tax. You are no exception. So, hat sich mein Kuvelich diesen Skin nicht gegönnt? Wäre auch zu lustig gewesen, wenn er den Skin hier beschlagnahmt hätte. Hahaha. So. So. So, was steht denn als nächstes an? So, mal schauen. Genau. Dex Darkraskin. Einmal überleben. Auf Sedna. Oh, dann würde ich mal sagen, Attacke. Ich denke mal, das wird so eine 10 Minuten Mission werden. Weil das war so meistens immer so, wenn was besonderes ist, dann 10 Minuten mal überleben und dann abhauen. Ich bin jetzt schon wieder. So. 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 Das ist 7 Minuten, wir haben die Aufmerksamkeit. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Äh... Stufen relativ stark Kann man sich einfach so durchboxen Get ready for a capsule So Oh ich war nicht Fliegen Naja, aber das ist dann halt ein Bostagskräfte macht man das Wissen Wissen Besuch krieg ich auch noch. Okay, Red Rail ist hinter mir. So, das war's mit dem Red Rail. So, das war's mit. Life support incoming. So, das war's mit. So, das war's mit. So, das war's mit. Oh, das war's mit. So, das war's mit. Oh, das war's mit. So, das war's mit. Das war's mit. Das war's. Okay. So. Gleich habe ich erstmal die Hälfte geschafft. Gute 15 Minuten, dann ist das eine Halbzeit. Momentan passiert hier nicht so viel. Okay. Wie hat sie weggeflogen ist denn noch? So, jetzt ist er irgendwo... Void, who did this to them? Ah, diese Glas-Dichter. Und Glas-Mecher. Ich denke... Ja? Dreamer, there's got to be a way to take these things down. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Ich kann hier so einfach weggefliegen. Ich kann hier so einfach weggefliegen. Okay. Okay, cool. Okay. Okay. Auf Wiedersehen. Das war's. 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 Ich hab's Lösungen. 1 und patch me in. Tenno. This will take a moment. Zurück. Und die nächste Schlange. Nicht kaputt machen. Oh, Sventon? Oh, Sventon? Oh, Sventon? Terminal spotted. Upload me and prepare to defend. I'm detecting a large security force heading your way. It's the Grineer. I'm in, Tenno. This will take a moment. Shooter! Oh, Sventon? Oh, Sventon? Oh, Sventon? Oh, Sventon? Oh my god, this is the same. What? What's wrong with the Use caution? I am picking up traces of Prosecutor's shield in your vicinity Good work proven the prosecutors are not invincible The last one is the console I am going to kill you 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 Ready? The next one is the console I am going to kill you Oh, dein Kniss ist ja schon. Location reached. And defend our position. I'm in Tenno. This will take a moment. Ah, was? Schleuner Zockeraufchuss. Ich wünsche mir den nächsten Schlauch. Oh. Still working on it. Continue to defend. Okay, gut. Still working on it. The odds were against us, Tenno. But we did it. Mission complete. I'm done now for the exit. Oh. Fertig. So. Noblesstatu Jadarino. So. 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 Fünf Missionen. Äh. Mit unterschiedlicher Dauer passt. Für so schicke Geschenke halt, die man so noch nachträglicher spielen kann. Das waren ja halt diese, die vorigen Geburtstagsgeschenke halt. So. Ansonsten würde ich mal sagen, ja, die Missionen sind alle durch. Äh. Alle Geschenke halt, äh. Bekommen. Achso. Hier sieht man halt den Excalibur Jade. Äh. Neure Statue. Ach komm. Den Reno kann ich auch noch zeigen. Wo ist das Problem? Wo war das? Ausstattung. Orbiter. Dekorieren. Den kann ich ja auch noch zeigen. Äh. Wo ist der denn? Ach hier. So. Sack. Ach hier drin. Sieht auch sehr schick aus, wie ich finde. Kann man auch, äh, sich irgendwo hinstellen. Ja. Jaja. Pascha. So. Ansonsten würde ich mal sagen, war's das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald. Und tschüss. Ich weiß. So. Ich weiß.